Können Sie mir bitte helfen? Ich habe mich verlaufen. Was möchten Sie? Was ist passiert? Wo kann ich einen Dolmetscher finden? Wo befindet sich die nächste Apotheke? Können Sie einen Arzt anrufen bitte? Welche Art von Behandlung befolgen Sie zurzeit? Ein Krankenhaus. Eine Apotheke. Ein Arzt. Medizinische Abteilung. Ich habe meine Papiere verloren. Meine Papiere wurden mir gestohlen. Fundbüro. Erste-Hilfe-Station. Notfallausgang. Die Polizei. Papiere. Geld. Pass. Gepäck. Es ist in Ordnung. Nein, danke. Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie. Das Hotel. Wohnung. Willkommen. Haben Sie ein freies Zimmer? Gibt es ein Bad im Zimmer? Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten? Hätten Sie gerne ein Einzelzimmer? Ein Zimmer mit Badewanne, mit Balkon, mit Dusche. Zimmer mit Frühstück. Wie viel ist es pro Nacht? Ich würde gerne das Zimmer zuerst sehen. Ja, natürlich. Danke, das Zimmer ist sehr schön. Gut, kann ich für eine Nacht reservieren? Es ist ein bisschen zu teuer für mich. Können Sie sich bitte um mein Gepäck kümmern? Wo befindet sich mein Zimmer? Es ist im ersten Stock. Gibt es einen Aufzug? Der Aufzug ist auf der linken Seite. Der Aufzug ist auf der rechten Seite. Wo befindet sich die Waschküche? Sie ist im Erdgeschoss. Erdgeschoss. Wir treffen uns im Konferenzraum. Wir treffen uns im Konferenzraum. Schwimmbad. Könnten Sie mich bitte um sieben Uhr aufwecken? Die Schlüssel bitte. Der Pass bitte. Sind irgendwelche Nachrichten für mich da? Ja, hier sind sie. Nein, sie haben keine Nachrichten erhalten. Wo kann ich Wechselgeld bekommen? Könnten Sie mir wechseln bitte? Ja, wir können für Sie wechseln. Wie viel brauchen Sie? Ja, haben Sie wir gesehen? Wie kommen die Frau? Untertitelung des ZDF, 2020